Kennst du den Mann, den du heiraten sollst? Leider nicht. Wer hat das gesagt? Dein Vater, deine Mutter oder? Alle waren dazu. Mein Bruder und mein Vater, alle. Nun ist das ja nicht nur in Deutschland verboten, mit 14 zu heiraten, sondern auch in der Türkei. Wie hätten deine Eltern das denn gemacht? Die wollten so normal mit mir in den Fähren fahren und dort halt mich heiraten. Die wollten zurückkommen und ich wäre da geblieben. So, dass ich bei meiner, das sieht so aus, dass ich bei meiner Oma wohne. Und wenn du dich gewehrt hättest, was hätten die dann gemacht? Die hätten mich bestimmt geschlagen oder wieder brutal. Bist du denn bisher von deinen Eltern oft geschlagen worden? Ja. So, dass ich jetzt auch mein linkes Auge nicht so gut sehe. Wo ich dann gemerkt habe, dass es ernst wird, habe ich halt Mut gefasst und habe dann meinem Vater gesagt, dass ich dagegen bin. Und dass er mich verheiratet mit jemandem, den ich nicht kenne. Dann hat er mich geschlagen und hat gesagt, ich soll mich nicht in das Thema einmischen. Das ist meine Sache, dass er ist mein Vater und er wird das entscheiden. Er hat gesagt, dass er mich umbringen wird, sobald er mich findet. Und deswegen habe ich Angst. Drei Tage nach der Hochzeit hat er mich geschlagen. Das hat er sogar bei Gericht erzählt, jetzt selber. Ich habe mich geschämt. Und dann könnte ich ihn nie mehr lieben. Er hat halt meistens auf den Kopf geschlagen, wenn ich zu laut war oder gelacht habe oder so. Er hat mir mit dem Besen hinten draufgehauen und so. Dein Papa? Ja, mein Papa. Und ich habe für ein paar Sekunden nichts gesehen. Er war schwarz von Augen. Beim Schminken immer so, oh, das ist auch wie eine Hure. Und Drecke anzuziehen, hat er nicht erlaubt. Auch die älteste Tochter Ulrika wurde vom Vater geschlagen. Sie hing besonders an ihrer Mutter, die der Tochter ihr eigenes Schicksal ersparen wollte. Wenigstens Ulrika sollte sich ihren Mann selbst aussuchen dürfen. Und Ulrikas Mann hat er vorgestellt, der muss aus Kosovo. Rainer Albaner sowieso. Und dann hat er noch einmal die Ulrika in August geschlagen. Ich war in der Arbeit, rufen meine Kinder an. Die Polizei sind da und sie blutet. Und eine Polizistin, sie hat gesagt, wenn er noch einmal macht, der geht in den Knast ein paar Monate und dann wird abgeschoben. Also wenn er noch einmal schlägt. Und dann hat er letztes Mal sie umgebracht. Der Vater Latif Zena verbüßt seine Tat in Stuttgart-Stammheim. Verurteilt so lebenslänglich wegen Mordes. Nun will sein Anwalt in die Revision. Denn schließlich müsse man bedenken, dass es in Kosovo nicht unüblich sei, Frau und Kinder zu schlagen und bei Ungehorsam auch zu töten. Er trifft sich mit seinem Mandanten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Mit uns will Latif Zena nicht reden. Schon gar nicht vor der Kamera. Aber seinem Anwalt hat er Auskunftsrecht erteilt. Die höchstrichtliche Rechtsprechung hat entschieden, dass auch der Kulturkreis bei der Bewertung der Mordmerkmale eine Rolle spielt. Das muss also vom Gericht geprüft werden. Und das Ziel der Revision ist, nochmal das Augenmerk auf diesen Punkt zu lenken. Wurde im ausreichenden Maße der kulturelle Hintergrund beleuchtet und wurde auch bei der Entscheidungsfindung herausreichend berücksichtigt. Aber muss man nicht sagen, wenn jemand herkommt, hier lebt, dann gelten die Rechtsnormen der Bundesrepublik Deutschland. Dann kultureller Hintergrund hin oder her. Wie gesagt, der Angeklagte hat hier in Deutschland gelebt. Er hat die Lebensweise verstanden. Bloß das ist möglicherweise zurückgeblieben. Zum Beispiel Einsatz während der Verhandlung. Bei uns hätte man das dürfen. Also bei uns zu Hause im Kosovo hätte man das dürfen. Also das Schlagen, das Züchtigen der Frau und der Kinder. Wie alt waren Sie, als Sie den geheiratet haben? Ich war ein bisschen, als Sie den geheiratet haben. Und der schon wieder. 14 Jahre alt. 14? Ja. Durften Sie ihn selber aussuchen oder haben die Eltern gesagt, das ist der Mann, den du heiraten sollst? Die Mutter und Vater haben gesagt, das ist der Mann, den du heiraten willst. Sind Sie in der Türkei in die Schule gegangen? Ich war nie in der Schule. Sie können nicht lesen und nicht schreiben? Nein. Mensch, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Haben Sie hier Kontakt zu Deutschen? Für die Almanale Kontakte, die wir uns nicht? Ja. Almanale Kontakte, die wir uns nicht? Nein, weil sie kein Deutsch kann. Was hatten Sie für ein Traum vom Leben? Was wollten Sie gerne erreichen? Ich hätte gern einen Beruf gelernt. Am liebsten wäre ich Lehrerin geworden. Bei uns im Dorf ist es so, also in der Türkei, dass auch jeder Zwangsheirat hat. Also, Sie können keinen finden, die sich geliebt haben und geheiratet haben. Und wenn von den Leuten, die jetzt Kinder haben und wenn ich und meine Cousinen zum Beispiel in die Türkei gehen, dann gucken die uns so an, ah, das ist doch die Tochter von dem und dem. Wir können die doch zu unserem Sohn haben und dann gehen die zu unseren Eltern und sagen, ihr kriegt dieses Haus, ihr kriegt Gold, ihr kriegt so viel Geld. Wir wollen ihre Tochter haben, damit sie mit meinem Sohn heiratet. Auf der Drehreise lernen wir immer wieder das Gesetz der Immigranten kennen. Der Himmel der Mädchen ist unter den Füßen der Väter, lautet ein türkisches Sprichwort. Die Welt der Frauen ist von der der Männer streng getrennt. Gerüchte über Frauen, die angeblich die Familienehre verletzen, können hier tödlich sein. Diese Straßen liegen in Deutschland, aber sie könnten auch in der Türkei, Albanien oder Kurdistan liegen. Haben Ihre Schwestern den Mann selber ausgesucht oder hat Ihr Vater den Mann? Also, 60% hat den Vater mitbestimmt. Ja? Also die haben auch Ja gesagt, sag ich mal, aber der Vater hat ihn ausgesucht. Und? Das entscheiden die Mädels selbst und ich bestimme. Darf deine Schwester einen deutschen Freund haben? Äh, nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Ist so gemacht. Dann hätte sie auch einen Deutschen heiraten dürfen? Nee, das nicht. Warum nicht? Das hätte sie selber auch nicht gemacht. Warum nicht? Weil wir so erzogen waren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen jungen Mann oder so mit unserer Schwester sehen, er dachte das nicht. Der Vater muss immer dabei sein oder Erlaubnis geben. Und dann, wenn wir sie erwischen in der Stadt oder so, dann gibt es Ärger. Dann zieht der Deutsche aufs Maul von uns Türken. Was? Dann zieht der Deutsche aufs Maul von uns Türken. Warum denn? Ist doch nicht so schlimm. Dann gehörst du nicht mehr zur Familie. Ja, sie wird dann von uns Türken. Sie wird Ärger bekommen. Was heißt Ärger? Sie wird ganz von ihr anmissachtet. Dann ist die Familien Ehre weg. Ja, dann ist es egal. Nein, es ist egal. Nein, es ist egal.